ja vielleicht dann nächste besonderung schon punkte kandidat und danach zum musik kapital soweit wir punkte bekommen bekommen wir prämien von den komischen john tot das ist das muss das ziel sein soweit zu kommen dass der typ uns bezahlt der moral ein prozent wieder m m m m m so 2,4 millionen lust kann mehr aber reisekosten und so und mehr wenn mechaniker kurz das gerade die boxmannschaft hier er ist mal allen william grand prix vettel 05 hat drei punkte gemacht das ist scheiße für die team wertung ich war eigentlich immer von höher da wird ihnen besser ist da koste weil ich so ein kleines swap gemacht habe durch die lange weiter ein stopp das wort hat gehört auch gespart hat gespart hat der herr baumann reifen schon vorn kann auch das gute eigentlich an ihm wo mitarbeiter was die boxmannschaft prüfen so wo wieder fit chirocco muss raus Das ist toll. das ist recht sieben neugierig ach kommst geil verdammt ich bin echt doof mit diesen gut das ist noch im raum das ist noch im raum der 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 die die Ah, die GT Masters laufen. Ich bin einfach zu teuer. Und? Wer wirds? Sieht gut aus. Nimm ich den Daryl. Und? 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 soweit hier ungelesene leistung die hatten da sogar mit Leistungsverbesserung abgeschlossen Ah, das geht ums Dilemma Ich glaube, er hat den Mist Okay, weiter Nächstes Dilemma Die Bremse wird jetzt neu entwickelt Das ist das ähnliche Teil, was ich bauen würde Das müsste teuer, ich hab kein Geld Scheiße Aha Okay Meine Veranstaltung waren durchgeführt Heavenden Vor Verstappen Vor Vettel Dann der hier Nackenprobleme haben wir jede Oh, nur noch ne Stunde Da kann man ihn verpflichten Rosatan Bei Tyrell Has kid racing Ohne noch nichts Bitte ne Vorschau So, das soll es erst mal gewesen sein Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal